Da dachtet ihr, wo ihr kriegt, nur Fische zu sehen, was? Nein, es gibt wieder ein Sketch, und zwar diesmal mit Helga und einer zivilen Person. Vielleicht erkennt ihr sie ja. Viel Spaß dabei. Sagen Sie mal, warum laufen Sie mir eigentlich hinterher? Ja, also jetzt muss er sich umdrehen, frage ich mich das auch. Ja, das war dann wohl ich mit Helga. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Guckt euch auch meine anderen Videos an. Hier so ein Comedy-Video oder so ein Karaoke-Video. Und dann schaltet das nächste Mal wieder ein. Abonniert mich, liked mich. Ja, nächsten Samstag, 15 Uhr. Bis dahin.